Moment, was? Weil man auch erst Akt 2 und dann Akt 1 machen kann. Und dann Classics kann er nicht sprechen. So, wenn du jetzt sagst, dass ich irgendwelche Challenges machen muss, dann hast du ein Problem. So, es ist die Hubworld hier. Hier kann ich nicht sterben. Oh, hallo! Hier ist ein Chaos Emerald, hallo! Oh, Regner-Duell. Ich glaube, ich habe sogar mal gelesen, wie es funktioniert, wenn das der originale Kampf aus Sonic CD ist. Leider habe ich es nicht im Detail gelesen, sondern überflogen. Mal gucken, ob ich das zinkriege. Geht nicht. Geht nicht, falls Sie nicht der Fall auf dem Weg kommen. Metal Sonic ist vulnerable nach dem Angriff. Nehmen Sie die Spin-Junk um den Angriff. Hallo? Ah. Mir gefällt doch die Laufanimation. Boah. Ich muss Spandash machen und dann springen. Komm, wahrscheinlich noch einmal. Warte, was? Was? Das war der Mulval, Metal Sonic. Und auch noch direkt mit S-Rang. Das heißt, wenn man alle sieben sammelt, offenbart sich eine mysteriöse Kraft. Ja. Oh Gott, was? Sag jetzt nicht, ich muss Herausforderungen spielen. Ja, das fände ich nicht gut. Was ist das? Doppelgängerin. Doppelgängerin. Ah. Ich finde es toll, wie es keine Übersetzung für Doppelgänger gibt, in dem Sinne. Oh. Zumal kenne ich dieses Mal das Level. Wann holt der Doppelgänger eigentlich so auf? Ah, okay, ich muss keinen Bandsprung machen, gut. Oh, das kriege ich hin. Das hätte gerade auch schief gehen können. Ach, bitte. Erzähl doch nicht. Ich habe nicht unglaublich viele Leben, also... Also genauer gesagt habe ich jetzt gar keine mehr. D. Nee, ist mir echt gesagt egal. Ah, okay. Was ist das hier? Nicht so... Ach, hier kriege ich da eine Fähigkeit. Ja, okay, das lohnt sich vielleicht. Ah, ich glaube, ich verstehe, wie es funktioniert. Zeit habe ich genug. Ach, Gott, nein. So kann man sich natürlich auch zurückwerfen lassen. Vielleicht kann ich das auch nicht ohne ganz oft machen. Und die Ringe verschwinden wieder, wenn Ringzeit vorbei ist. Also wenn man sie noch nicht aufgesammelt hat. Jetzt muss ich noch zum Ziel kommen und darf die Ringe nicht verlieren, ne? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir die Fähigkeit dann auch für reguläres Gameplay bekommen. Auch wenn man es nur ganz oft machen kann, ist das eigentlich ziemlich okay. Okay. Erreiche das Ziel vor, Amy, während du auf einem Kreisel sitzt. Oh Gott, was? Was ist das hier? Da ist ein Badneck drauf, also... Das könnte interessant sein. Ähm... Ich muss nicht alle Roboter zerstören, oder? Bei den verschiedenen Faden wäre das eigentlich unmöglich. Das war gerade auch außer knapp. Ist das bei Zeit, oder? Muss ich irgendwas machen, damit das ausgeht? So, theoretisch. Oh, hey. Moment. Mach ich gerade diese... Moment, die Boss-Tor-Schlüssel? Wie komme ich ran, wenn ich die Herausforderung Akt 1... Ich dachte, die Herausforderung sind diese Tore. Einen der Herausforderungsakte abschließen. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier... Aber dann bitte mit Modern Sonic. Warte, was? Hast du was zu sagen? Ich glaube, ganz am Anfang geht es einen geheimen Durchgang. Ja, hier gibt es Stuff, aber nicht... Das war die Suche. Oh, ich kann unbegrenzt boosten. Moment, wie sieht das jetzt da aus? Die Schiene. Was? Hast du eine Schiene? Oder kannst du hier... Ja, das könnte interessant sein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Richtige mache. Oh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Richtige mache. Ach Gott, da ist noch Dingens, aber ich glaube, die 5 Sekunden, die die letzte Uhr gegeben hat, wäre es nicht wert. Okay. Ach, komm. Moment, hatte ich... Also, ich habe ich keine Leben mehr, oder? So was hasse ich. Ah, okay, ich muss nicht... Kannst du bitte... Kannst du bitte einen Lock-On auf dem Bauwasser kriegen? Ich hatte es gerade. Oder habe ich hier gar keine begrenzten Leben, weil das eine Challenge ist? für dieses Spiel wird durch. Sag. 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 Untertitelung des ZDF, 2020